Heute zeige ich mal, wie man mit Limba einen Arm Rig erstellen kann. Ich habe hier Limba geöffnet und wenn ich einen Arm erstellen will, wähle ich hier den Arm aus und gehe dann bei Typ auf Bone. Dann gehe ich hier auf New, Neu und jetzt kann ich den Arm benennen. Ich benenne den Arm mal nach Bone, OK und schon haben wir einen Arm. Wir sehen hier unten links drei Ebenen. Eine Ebene für den Arm und zwei Ebenen für die Kontrollpunkte. Hier bei diesem Punkt können wir den Arm bewegen und hier die Schulter. Bei dem unteren Punkt könnt ihr bei Effekte den Arm ändern. Ihr könnt hier zum Beispiel bei obere Länge die Länge des Oberarms einstellen oder des Unterarms. Und bei Scale könnt ihr dann die Armlänge nochmal anpassen. Bei Colors könnt ihr hier nichts machen und bei Dynamics könnt ihr bei Clockwise die Richtung des Armes ändern. Also hier geht der Arm zur linken Seite weg und wenn ich jetzt auf 0% gehe, zur rechten Seite. Hier kann man auch den Winkel des Armes einstellen, also je kleiner die Prozentzahl, desto kleiner der Winkel. Und wenn ihr den Arm animieren wollt, wählt ihr einfach einen Kontrollpunkt, setzt einen Keyframe bei Position und geht danach vorne mit der Timeline und setzt einen zweiten Keyframe. Und schon habt ihr eine Animation. Ihr könnt auch hier unter Stretch noch den Haken lösen und dann vermeidet ihr das Langziehen vom Arm. So, jetzt sehen wir, ich kann den Kontrollpunkt so weit weg machen, wie ich will. Der Arm bleibt immer auf der gleichen Länge. Wenn ihr die Farbe des Armes ändern wollt, klickt ihr auf die gelbe Fläche und könnt dann hier bei Kontur die Farbe ändern und auch die Dicke. Beim zweiten Arm gehe ich auf hier Arm und gehe dann auf Taper, Neu. Okay, und jetzt sehen wir, haben wir diesen Arm kreiert. Hier können wir wieder die Form verändern und jetzt gibt es hier mehr Möglichkeiten, den Arm zu ändern. Hier bei Mittelsize kann ich die Größe des Ellbaums einstellen. Hier bei Endsize die Größe des Handgelenkes. Und bei Farben kann ich jetzt auch hier die Farbe der einzelnen Flächen umfärben und auch die Haut. Oder ich kann die Haut auch entfernen, indem ich dann einfach die gleiche Farbe auswähle, wie der Pullover. Hier können wir dann auch wieder bei Clockwise die Richtung des Ellbaums bestimmen und den Stretch. Den Arm kann man auch duplizieren. Dazu einfach den Arm markieren und hier auf Duplicate gehen. Den Arm umbenennen. Und schon habt ihr einen zweiten Arm, den ihr animieren könnt. Hier könnt ihr dann in die andere Richtung gehen. Und dann habt ihr zwei Arme. Und ihr könnt auch die Arme an den Körper fixieren. Dazu einfach euren Kontrollpunkt markieren und mit dem Körper verbinden. Und wenn ich den Körper jetzt bewege, dann sehen wir, bewegen sich die Arme mit dem Körper und bleiben an derselben Stelle. Dann als letztes gibt es auch noch die Möglichkeit, einen eigenen Arm selber anzufertigen. Und dafür braucht ihr drei Kreise. Ein Kreis für das Handgelenk. Dann ein Viereck für den Unterarm. Dann ein Kreis für den Ellbogen. Ein Viereck für den Oberarm. Und ein Kreis für die Schulter. Ich habe die hier links auch alle schon benannt. Hier Handgelenk, Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schulter. Wenn ihr jetzt ein Rig erstellen wollt, markiert ihr alle Ebenen und geht dann hier auf Rig and Pose. Und jetzt müsst ihr eure Körperteile richtig einordnen. Also hier oben Schulter. Hier der oberste Kreis. Dann hier Oberarm, Ellbogen, Unterarm, Hand. Und OK. Jetzt könnt ihr den Arm auch noch benennen. Und jetzt haben wir unseren Arm erstellt. Es gibt allerdings zwei häufige Fehler, die man macht, wenn man den Arm erstellt. Und die zwei Fehler zeige ich jetzt mal auf. Ich mache alles wieder rückgängig. Und zwar der erste Fehler ist, dass ich hier beim Typ nicht die drei Kreise ausgewählt habe, sondern zum Beispiel Bone. Und wenn ich jetzt meinen Arm markiere, Rig and Pose klicke und das Rig jetzt erstelle, dann sehen wir, verschwinden die Kreise und der Arm sieht nicht gut aus. Und der zweite Fehler ist, wenn ich hier meine Ankerpunkte nicht mittig habe und jetzt einen Arm-Rig erstelle, gehe wieder auf drei Kreise, Rig and Pose. Dann sehen wir, sind die Kreise nicht mehr richtig positioniert. Und als letztes könnt ihr auch, es hat mich nur mal interessiert, was passiert, wenn der Kreis größer ist wie die Flächen und nicht perfekt mittig sitzt. Ich markiere mir wieder meinen Arm-Rig and Pose. Und jetzt sehen wir, funktioniert der Arm-Rig trotzdem. Nur der Kreis hier ragt heraus. Das war's. Danke fürs Zusehen und Tschüss. 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 Vielen Dank.